so dann schauen wir uns doch mal im geburt um. besiegt den gebietsboss im labor der untergegangenen zivilisation wua denn 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 kriegen wir hin da wette ich drauf mit neuen geilen waffen hier aber in zielen merke ich immer wieder ich hätte es vielleicht mit maus und tastatur spielen sollen und den ps4 controller ist leicht behindert zu steuern ja 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 Nein! So, ich habe das Tagebuch gefunden, jeee! Stirbt! Jetzt habe ich jetzt eigentlich alles dabei, Sprungangriff, taktische Rolle, Tempoform, Kraftform. Hm. So. Ja. Hey, bleib hier! Na komm schon. Voll ins Auge. Da, 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 da! Hey! Hey, das ist unfair mit dem Controller. Geh mich da irgendwie hoch. Ach, da wäre auch einfach die Treppe gewesen. Na gut, wo? Voll in die Beine. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Woo. Was? Okay. Ah, was? What? What, 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 what? Stirb. Was habe ich denn da für Buff um mich rum? Komm schon. Mann. Mann. Oh, jetzt geht es da weiter. Cool. Was erwartet uns denn hier? Hallöchen. Aua. Da, 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 da. Da war noch eine Jagd abgeschlossen. Das ist meine. Komm schon. Der Dohlen erwartet uns der Tod. Und hopp. Was war denn das? So. Stopp. Untersuchen. Registrierung als Schnellreisepunkt. Seine aktuelle Position wurde als Schnellreisepunkt registriert. Ja geil. Wo ist dein Schwachpunkt? Da oben. Kugel. Aua Aua. 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 Wie soll ich jetzt mit dem Schwert dagegen antreten? Achso, also muss ich hier... Wie behindert? Ja geil, ich muss ihn jetzt echt so bekämpfen. Hm. Ja. 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 Ja, wie geil ist das denn? Ja. 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 Wird ich das jetzt mit dem Schwert machen sollen? Ja. 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 Wie machen wir das? Ja, jetzt habe ich keine Munition mehr oder was? Das ist doch ein Sturmgewehr oder nicht? Ein Sturmgewehr. Naja, dann noch ein Versuch, dann kämpfe ich mich halt bis dahin erst mal mit ähm. Dann kämpfe ich mich halt bis dahin erst mal nur mit dem Schwert durch, damit ich meine Munition sparen kann. Ach so, ah. So. Hä? Ich habe doch Munition. Ach, come on. Hä? Hä? Ja. So, dann kann ich das doch jetzt wechseln oder? So, dann probier's doch jetzt so halt mal. Ah, was der Scheiß. Mann. Das habe ich jetzt echt nicht gepeilt. Ich habe doch da noch 400 Muni oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare was es damit auf sich hat. Wenn ich in meinem Gegenstands-Inventarset noch 400 Geschosse habe, müsste es doch ausreichen. Hä? Hä? Hier habe ich gar keine Muni zu der Waffe. Ich habe es gar nicht gefordert. und probieren wir das jetzt halt damit man so so Und up. Ja stopp, ich bin Darth Vader. Hier ist noch einer, zack, 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 schnettelt mich hier durch. Na ja, so gehts auch. So. So. Und up. Zack, komm schon. Ja. Ja. Oh. 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 Und hoch mit dir. Oh. Oh. So nichts. Dann lauf ich halt einfach. ja gut ich schneide mich einfach durch und mache halt nichts am ende man jetzt muss ich zu der waffe wechseln so 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 Schau schon, falsche Richtungen! Und 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 PAM! Nein! Und hoch mit dir! So! Au! Nein! Oh Mann! Und schon! Alter! Mann! Alles muss man selber machen! Stimmt! Spannlich! 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 Soh. Soh. Komm schon. BAM. Alter, was ist mit dem? Wohohoho, das war knapp, fuuuck, fuuuck ? Ja, war das? Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass ich sie auch nicht ... komm schon na oh man ich bin tot nein frage